Allerdings kann das wertvolle Phänomen des Lernens über mehrere Sinneskanäle nicht genutzt werden. Daher eignet sich das freie Sprechen vor allem für emotionale Festreden, bei denen das Vermitteln von Fakten nicht von Bedeutung ist und die Unterhaltung im Vordergrund steht. Für ein wenig Abwechslung können übersichtliche Folien für den Overhead-Projektor oder eine Wandtafel genutzt werden, um die wichtigsten Fakten und veranschaulichende Grafiken visuell festzuhalten. Ein Handout, also ein zusammenfassendes Skript, zeugt von Professionalität und gibt den Zuhörern die Chance, die Inhalte im Nachhinein in Ruhe zu wiederholen. Allerdings sollten Sie dies unbedingt erst am Ende Ihres Vortrags austeilen, damit sich währenddessen noch konzentriert wird. Eine weitere Möglichkeit ist die Erstellung eines Flipcharts. Für gewöhnlich wird ein großer Papierblock auf einem Gestell benutzt, um während des Vortrags die wesentlichen Punkte zu notieren. Vor allem in kleineren Gruppen, beispielsweise im Rahmen eines Workshops, eignet sich diese Methode besonders gut. Die Besonderheit an Flipcharts ist, dass sie viel Spontanität und Interaktion erlauben. Die Zuhörer können den Entstehungsprozess von Grafiken und Thesen schrittweise nachvollziehen und ihre eigenen Ideen im Brainstorming einbringen. Das steigert Motivation und Aufmerksamkeit und führt letztlich auch dazu, dass sich die Inhalte besser einprägen. Achten Sie unbedingt auf eine leserliche Handschrift und verwenden Sie treffende Schlagwörter, um die Inhalte möglichst kurz zusammenzufassen. Falls Sie komplexe Diagramme darstellen möchten, bietet es sich an, diese im Voraus vorzubereiten, sodass Sie während der Präsentation nur die wichtigsten Eckdaten ergänzen müssen. Es gibt auch spezielles Flipchart-Papier mit Hilfslinien. Darüber hinaus können verschiedene Farben für einen noch besseren Überblick sorgen.